Sie hören »Früher war mehr Weihnachten« von Horst Evers. Ein Hörbuch des Argon-Verlags. Lasst uns Weihnachten durch Kinderaugen sehen. Der Morgen des 23. Dezember. Ein Tag vor Weihnachten. Das Kind ist schon angemessen aufgeregt. Allerdings noch weniger wegen Heiligabend, sondern zunächst noch wegen der 24. Morgen wird das letzte Türchen geöffnet. Und zwar fünfmal. Denn es sind fünf Adventskalender. Zwei von den Großeltern, ein Selbstgebastelter aus dem Hort, einer vom Patenonkel und der fünfte, ja, von dem war es eigentlich keiner so genau wie der überhaupt in unseren Haushalt gekommen ist. Irgendwann Ende November war er plötzlich da. So wie manche Dinge eben plötzlich da sind. Beispielsweise habe ich, soweit ich mich erinnere, noch nie in meinem Leben Besteck gekauft. Trotzdem hatte ich in all meinen Wohnungen immer ausreichend Besteck. Keine Ahnung warum. Es war irgendwie einfach immer da. Alle 24er Türchen der Adventskalender haben übrigens Druckstellen. Also vom Fühlen. Meine Tochter behauptet felsenfest, sie wäre es nicht gewesen. Und ich glaube ihr, weil ich ein guter Vater bin. Einer, der seiner Tochter vertraut. Der das, was sie sagt, ernst nimmt. Dem Kind nicht aus Bequemlichkeit oder Universalmisstrauen irgendwas unterstellt. Ein Vater, der genau weiß, wie sehr so ein grundloser Verdacht eine Kinderseele verletzen kann. Dem seine Tochter wichtiger ist als uneingedrückte 24er Türchen. Und der darüber hinaus ja auch weiß, dass er sie selbst eingedrückt hat. Ich mag Adventskalender. Schon immer. Das Erfühlen des 24er Türchens ist eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen. Das gehört für mich zu Weihnachten dazu. Nächstes Jahr mache ich das mit der Tochter gemeinsam. Gemeinsam verboten ist zu tun, gehört zu den tollsten Sachen, die man als Familie zusammen unternehmen kann. Es fördert einfach Vertrautheit, Zusammenhalt und Geborgenheit. Vielleicht basteln wir dann noch unseren eigenen Adventskalender. Daran hatte ich immer Spaß. Obwohl meine Adventskalender wahrlich nicht alle so wirklich erfolgreich waren. Im Alter von 16 Jahren habe ich einmal extra einen Handarbeitskurs besucht, um für mich einen Adventskalender-Overall nähen zu können. Ein purpuroter Overall mit 24 Türchen. Auf den Schultern zwei Halter für Kerzen. Den habe ich dann am 1. Dezember angezogen und bin damit zu meiner damaligen Freundin Claudia. Also wir waren jetzt noch nicht wirklich zusammen. Also genau genommen war sie sehr, sehr viel weniger mit mir zusammen als ich mit ihr. Mit diesem Ganzkörper-Adventskalender wollte ich jetzt allerdings mal Nägel mit Köpfen machen. Und ihr Herz für alle Zeiten oder doch zumindest bis über die Feiertage gewinnen. Jeden Tag, sagte ich ja freudestrahlend, dürfe sie ein Türchen öffnen. Als Claudia jedoch den riesigen Hosenlatz mit der 24 sah, hat sie sich direkt von mir getrennt. Drücken oder fühlen wollte sie auch nicht. Nun ja, nicht jeder hatte eine glückliche, sorgenfreie Pubertät. Sechs Jahre zuvor, im Alter von 10, habe ich mal 24 Mäuse besorgt, um mit denen einen Adventskalender für unsere Katze zu basteln. Doch als ich sie in die Schachteln stecken wollte, sind sie mir irgendwie entwischt. Im Sommer hatten wir dann um die 100 Mäuse. Meine Mutter hat mir daraufhin verboten, weitere Adventskalender für die Katze zu basteln. Meinen schönsten Adventskalender bekam ich jedoch im Alter von 21. Mein damaliger Mitbewohner und alter Jugendfreund Markus hatte mir gebastelt. 24 kleine Säckchen und in jedem steckte ein liebevoll handgedrehter Joint. Auf die Blättchen hat er mit Lebensmittelfarbe kleine Weihnachtsmotive gemalt. Ein Kiffer-Adventskalender. Damals sind wir jeden Morgen ganz früh aufgestanden, um ein neues Säckchen zu öffnen. Ich habe offen gestanden nicht mehr sehr viele Erinnerungen an diese Zeit. Außer, dass das Säckchen mit der 24 echt ziemlich groß war. Unsere Tage damals hatten eine relativ klare Struktur. Irgendwann war es morgens, dann aber plötzlich auch abends. Und dann auf einmal wieder morgens. Zwischendrin hatte manchmal einer von uns Geburtstag. Zumindest haben wir das behauptet, um nicht abwaschen oder kochen zu müssen oder so. Ob da sonst noch was war? Wer kann das wissen? Wir haben, glaube ich, geredet. Echt ziemlich viel geredet. Über was auch immer. Vermutlich dies und das. Wenn man eine gemeinsame Kindheit in Diepholz in Niedersachsen hatte, geht einem nie der Gesprächsstoff aus. Und immer wieder sprachen wir wahrscheinlich auch von unserem schlimmen Weihnachtstraum. Vielen Dank.